Das Thema meiner Präsentation ist Leistungssport. Zuerst geht es um verschiedene Leistungssportarten. Dann spreche ich über die Vor- und Nachteile. Anschließend werde ich eine Zusammenfassung geben. Ich komme jetzt zum ersten Punkt, verschiedene Leistungssportarten. Ich möchte dazu einige Beispiele nennen. Laufen, Schwimmen und Fußball gehören zu den bekanntesten. Jährlich schauen weltweit Millionen Menschen diese Sportarten. Ich möchte jetzt zu den Vor- und Nachteilen des Leistungssports übergehen. Ich halte es für besonders wichtig, dass Leistungssport einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorbildfunktion des Leistungssports. Besonders hervorzuheben ist, dass die Athleten viele Menschen dazu inspirieren, selbst Sport zu treiben. Dabei ist auch wichtig, wie Sportevents Menschen zusammenbringen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Mein Mitbewohner hat seine Freundin bei einem Fußballspiel kennengelernt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Leistungssport nicht nur Vorteile hat. Oft ist Leistungssport sehr anspruchsvoll. Die Athleten können sich verletzen. Besonders hervorzuheben ist auch der enorme Druck, unter dem Leistungssportler oft stehen. Ich halte es für beachtenswert, dass dieser Druck zu psychischen Problemen führen kann. Folgendes Beispiel zeigt dies gut. Viele Spitzensportler berichten von Angstzuständen oder Depressionen aufgrund des konstanten Leistungsdrucks und der Erwartungen der Öffentlichkeit. Zusammenfassend möchte ich noch sagen, dass trotz seiner Nachteile der Leistungssport wichtig für die Menschheit ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Welche Fragen sind bei euch aufgetaucht? Folgendes Beispiel